Scheiße, Radio. Also nochmal. I go use, send me use, appalling. I go use, I go use. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tag, heute ist Donnerstag, der 21.04.2016 Mein letzter Tag frei Und ja, wie ihr seht, bin ich an der Seebrücke 5.48 Uhr ist Sonnenaufgang Und zwar in 5 Minuten oder so Und ja, mal gucken Timelapse könnte wieder ein bisschen langweilig werden Wenig Wolken und so Aber ich probiere es Die Möwen wollen nicht im Video sein Ja, schauen wir mal Das ist eigentlich ein bisschen schade Man kann nicht so richtig Irgendwie Bilder von den Hotels machen Direkt an der Promenade Weil immer die Bäume hier im Weg sind Brauchst du schon eine Drohne Kann auch kein Mensch mehr aussprechen Was soll der Quatsch Da haben sie sich einen Bock geschossen Das war früher der Bonn Gelato Bin ich gerne hingegangen Am Eis hier holt ihr in Aalberg Letztens war ich da Das Eis war zu süß Ich weiß nicht, ob sie das Rezepte erinnert haben oder sich wirklich der Besitzer erinnert hat Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ein Zungenbrecher Und außerdem sieht der Laden Jetzt immer so aus, als wenn er zu ist Es sieht so dunkler aus Dadurch, dass die Jalousien so weit runter sind Und wenn man da vorbeigeht am Tag Sieht das aus, als wenn er zu ist Das ist nicht gut Mit der Erhöhung vom Eis auf den Euro kann man auch leben Aber naja, so nicht Ich gebe demnächst dann mal eine Chance Aber wenn das Eis dann wieder nicht so gut schmeckt Dann war es das mit uns Raus zu schlafen? Ja, raus zu schlafen Na komm, jetzt gehen wir raus Na komm, ein Cut-Bud So 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 wird das nie was. Ich hab dir das Fressen gestellt, ohne es aufzunehmen. Ich bin eine Pfeife. Hier komm ich hin. Ich bin eine Pfeife. Wieder sehr ruhig am Strand. Heute ist mir das aber egal, heute werden wir nämlich hier sitzen. Und mehr machen wir nicht. Ich bin eine Pfeife. Ich bin eine Pfeife. Ich weiß nicht, was wir da machen, aber ich glaube hier in Mangeweile. Na ja, ich hab jedenfalls viel mehr gemacht, als nur auf dem Strand rumgelegt. Aber muss auch mal sein. Entschuldigung, jetzt ist es zu früh. Eigentlich wollte ich aber was anderes sagen. Mein Flur ist so eng. Bevor mir die Polizisten da im Weg rum standen. Kurzes Update. Wegen Video. Ich muss jetzt noch. Also heute ist der 21. Und schneiden muss ich jetzt noch das Video vom 19. Und vom 20. Und dann bin ich auf dem Laufenden. Zumindest im Schnitt. Und veröffentliche ich noch nicht. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache. Weil ich müsste jetzt einen Tag irgendwie mehrere Videos oder zwei Videos oder wie auch immer veröffentlichen. Aber irgendwie finde ich das mit dem Puffer ganz gut. Obwohl fünf Videos Rückstand jetzt ein bisschen viel Puffer wäre. Also von der Sache her. Mit dem Puffer finde ich das ganz gut. Wenn ich dann nämlich mal einen Tag nicht zum Schneiden komme. Aus welchen Gründen auch immer. Habe ich trotzdem jeden Tag um neun das Video online. Und ich weiß nicht. Mal sehen. Ich hatte nichts dabei. Ob ihr seht für einen Stock oder wie gehen wir hier. Warum bist du denn heute überhaupt so aufgedreckt? Oh, warum haben sie ausgenockt hier? Oh, nein! Machen sie auch Videos als Bier an. Oh, warum? Oh, mir ist doch wieder. Oh, mir ist doch wieder. Oh, mir ist doch schön. 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 Zwei. Zwei. Hallo. Jetzt kommt ihr das Pfund. Jetzt ist eigentlich nur ein paar Euro. Ich habe jaald, eins. Was? Die kleinen Kiddies haben den Hund total kaputt gespielt. Komm, los, ab zum Brunnen. Dann geht's nach Hause. Okay, Firmware-Update läuft durch von der Drohne, aber DJI ehrlich, also was er da veranstaltet ist schrecklich. Eure Drohnen sind ja super, aber das Firmware-Update ist ja katastrophal gelöst. Und zwar nicht mal das Update selbst, weil das läuft durch, wenn's läuft, aber bis man da ist, das ist... Och, ne. Schrecklich. Musik Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ein Timelapse hätte sich ziemlich gut gemacht heute, weil doch schöne Wolken am Himmel sind. Aber dafür hätte ich auf die Seebrücke gehen müssen, sonst hätte man die Sonne gar nicht gesehen oder die Sonnenuntergang gar nicht gesehen. Und ich wollte die Drohne auf keinen Fall von der Seebrücke starten lassen, weil es doch ein bisschen windig ist. Und ich ein bisschen Schiss hatte, dass die Drohne dann irgendwie abschmiert oder so. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Boah, guckt euch mal diesen Himmel an. Ziemlich cooler Himmel. Halt, 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 halt. Ziemlich cooler Himmel hinter mir und naja, faszinierend ist, wie viele Leute eine Drohne kennen, beziehungsweise eine haben oder jemanden kennen, der eine hat. Ich wurde schon von drei Typen angesprochen. Einer hat sich selber einen Hexercopter zusammengebaut. Ein anderer hat einen Freund, der irgendwie die Phantom 4 hat und irgendeiner hatte noch eine Phantom 2 oder so, glaube ich. Achso, und irgendein Kitty kam an und macht eine Parodrone für die iPad zu Hause. Bisschen ärgerlich, dass ich, halt, den Mikro an, aber ein bisschen ärgerlich, dass ich, halt, wegen dem Drohnenflug, ein Timelapse vom, naja, wäre die Seebrücke im Wasser gelandet, wäre das ziemlich doof. Aber ein bisschen ärgerlich, dass ich, wegen dem Drohnenflug, keine Zeitreife habe vom Sonnenuntergang. Das hätte sich halt gelohnt, ne? Nein. Das hätte ich, sehr, sehr, sehr. Überraschend, die